Hallo ihr beiden und herzlich Willkommen bei Entscheide Dich. Danke. Rock oder Schlager? Familie sind wir Rock. Ja, bin ich dabei. Rock, machen wir. Paartanz oder Formationstanz? Formation. Ja, Formation. Auftritt oder Training? Auftritt. Ja, Auftritt ist immer mit Publikum ist super. Genau. Das sind die Lorbeeren. Genau. Fürs hartes Training. Film. Lieber zu Hause gucken oder im Kino? Kino. Kino, ne? Ja, auf jeden Fall Kino. Lieber Serie oder lieber Film? Filme, auf jeden Fall, oder? Ich mag Serien ein bisschen lieber, aber was meinst du? Ich fand auch Serien auch gut. Ich fand beides gut. Ja, was wollen wir nehmen? Serie. Gut, ne mal Serie. Show des Sports oder das Supertalent? Oh, das ist schwierig zu sagen, oder? Ja, ich mag Show des Sports ein bisschen lieber, aber... Ich wäre Supertalent noch besser. Ja, dann müssen wir uns entscheiden. Lassest du dazu, Supertalent oder was anderes? Ja, wir machen mal Supertalent, wo das jetzt aktuell ist. Ja, genau. Ja, super. Ein Stern oder atemlos? Ja, ich mag lieber atemlos. Ich auch. Gut. Fastfood oder gesundes Essen? Das sagst du dazu. Also, ich mag beides gern. Ich auch, beides. Kann man es auch machen, beides? Ihr müsst euch für eine Sache entscheiden. Oh, ich bin ungesund. Oh, ha. Gut, ne mal Fastfood. Ja. Wasser oder Limo? Ich nehm Wasser ohne. Ich auch. Ja, ich bin nicht Wasser. Lila oder pink? Ich nehm lieber ohne. Ja, auf jeden Fall definitiv lila. Okay. Farbe vom Funk hier vorne, lieber lila. Richtig so. Urlaub, lieber in den Bergen oder lieber am Strand? Ich mag lieber am Strand. Ich auch am Strand. Ja, super. Aber wir sind uns einig. Dieter oder Bruce? Das sagst du dazu. Ich nehm Dieter gut. Du findest Dieter gut? Ich bin auch für Dieter. Nehmen wir Dieter. Ja. Sommer oder Winter? Ich bin Sommer besser. Sehr schön warm. Ja, ich mag beides, aber ich bin auch für Sommer. Sommer ist schönes Wetter. Ja, hörst du. Am Wochenende. Feiern gehen oder lieber chillen? Ich sagst du, ich fern feiern. Mach mal Party. Ja, feiern auf jeden Fall. Schwierige Frage. Anno, mit Cappy oder ohne Cappy? Mit. Mit, mit fahren mit. Ich bin Cappy-Fan. Ich auch. Facebook oder Instagram? Ich hab nur Facebook. Hast du beides? Beides, ich hab beides. Facebook und Instagram, ich hab beides. Was magst du denn lieber? Facebook? Ja, nimm mal Facebook. Super. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Uh, ich bin über spät. Na, wir sind Morgenmuffel. Ja. Lieber auf Konzerte oder in die Diskothek? Ich will Konzerte gerne. Und du? Ja, find ich gut. Konzerte, immer schön live. Ja. Ja. Sport, draußen oder im Fitnessstudio? Ich mein, das wird mein Solo besser. Ja. Ich mach mal das Fitnessstudio. Ja. Arbeiten. Am Schreibtisch oder lieber auf einer Baustelle? Ich werde dafür jetzt zugehen, Schreibtisch ist besser. Ja. Mach mal. Schreibtisch, find ich auch gut. Hund oder Katze? Oh, bei mir ist im Wohnen besser. Ja, bei mir Katze. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ja, bei mir Katze. Bist du solidarisch zu mir? Super. Das liebste. Danke. Ja, das mach ich gerne um dich. Ja, gut. Institutabeth Rossmann, Dr. Mません. www.ANTZ-IT-icos.get- alles suck. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Und du? Untertitelung des ZDF, 2020